Boah, so! Wo ist denn jetzt das Scheißding eigentlich? Da sind wir hin und da müssen wir zurück. So, war das hier irgendwo? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier war das... Ach, Alter, mein Nerven. So. Ach, und da geht's von alleine auf. Na ja, dann. Hopp. So, guten Appetit. Ach, Scheiße. Checkpoint gesichert und ich sollte abspeichern und mal ein Päuschen machen. Ne, so wie du. Ach, die RPG. Was haben die denn da schönes? Die Shotgun? Äh. Ach, das sind die normale. Oder die Ripper oder... Ach du Scheiße. Gibt's hier auch... Bäh. Ihhh. Ihhh. So ein altes Steak. Ach, was ist da zu hier? Na, tolle Wurst. Ach, wenn man näher kommt, dann kommen die Hände raus. So, lass mich mal durch. Ich bin der Landarzt hier. So, was haben wir denn hier? Haben wir hier überhaupt irgendwas? Ach, da kommen wir einfach um die Viecher rum. Okay. Sieht ja aus wie damals in meinem Kinderzimmer. Ich will zu meinem Papi. Ja, Papi kommt doch gleich. Ich schau' ob man da schlüpft jetzt nix. So, Schnauze. Ach, scheiße. So. Ach, ihr ätzenden kleinen Viecher. Bam. Friss meinen Stiefel. Markenschule, so günstig. Oh. So. Checkpoint gesichert. Na, das hört sich ja schon mal wieder fantastisch an. Ne, ihr alten Wandtitten. I like. Wer heult denn jetzt schon wieder? Wo denn? Ich muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Ach, da oben. Ist besser für uns alle. Dann müssen wir das Geheule nicht ertragen. Ach, was ist das denn ekelhaftes? Tja. Wir widerlichen. Irgendwo heult doch wieder jemand. Irgendwo heult doch wieder jemand. Wirf doch nicht deine alten... Ne. Von hier auch noch. Ach, ne. Ach, ne. Komm. Wichs mich doch nicht an. Ach, ekeler. Scheiße, die Muni wird knapp. Ach, hör auf. Wieso kann man da nicht drauf treten auf die Mistviecher? Scheiße, ich brauch ne andere Knarre. Ach, Dreck. So, bitte recht freundlich. Und lass deinen Wichser... Ach, und nimm deinen Spatz aus meinem Gesicht. Ekelhaft. Ach, natürlich. Natürlich. Ach. Scheiße, nur noch sechs Muni. Gute Nacht. Gute Nacht. So, schön die Zähne einschlagen, dann ist hier Ruhe im Puff. Und du bist schon ganz geknickt. Naja dann. So, was haben wir denn da hinten? Gar nichts. Ach ja. So, von hier kommen wir. Und jetzt kommen wir da wieder raus. Ist ja spannend. Aber ich würd gern erst mal gucken, was wir hier vielleicht noch... ...übersehen haben. Ach, die ist schon... Oh, cool. Nehm ich als Souvenir mit nach Hause. Unterleippökel.de Ach, sieh an. Was ist denn hier? Was ist das denn für ne Suppe hier? Königsschlampe. Yeah, ich steh auf die Königsschlampe. Ist das die mit den drei Titten oder ist das die mit, äh... Naja. Zum Fortfahren Leertaste drücken. Und ich mach mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Und wir sind gleich wieder zur königlichen, äh... Uhre. Tschüss. So, willkommen zurück beim Duke. Wir befinden uns hier grad im Anmarsch auf die alte Königsschlampe. Und das denk ich mir nicht aus, die heißt wirklich so. So, komm, ab durch die Poperze. Ach, nee. Ach, hör auf. Ist das der Duke Dome? Wir sollten uns in Bewegung setzen. Gehen wir! Ja, setzt euch mal. Hier sitzt auch schon einer. Heilige Scheiße, was für ein Arschloch. So, draußen alles clean. Hier ist auch noch alles sauber. Was können wir denn? Können wir hier irgendwas machen? Das haben wir ja eh schon gemacht. Können wir hier sonst noch irgendwas machen? Hier? Da so? Da? Interaktiv? Hallo? Hier irgendwas? Da vielleicht? Ach ja. Ja. Okay, zack. Na, toll. Können wir hier durch. Na, schöne Scheiße. Die RPG. Die hätt ich ja ausnahmsweise ganz gerne. Die Schrotflinte würde ich auch gerne behalten. Da war eh keine Muni mehr. Zack. Sprengstoff. Jede Menge Sprengstoff. Welcher Blödmann schließt denn hier ab? Aber echt mal. Komm ich hier durch? Auch nicht. Ja, toll. Muss ich da oben durch den Arsch? Höh! Nein, der Duke kann nicht klettern. Wo geht's denn dann weiter? Ist hier ne Tür? Ach doch. Scheiße. Hallo? Wieso muss ich beim Duke eigentlich immer suchen, wo es weitergeht? Schöne Scheiße. Hallo? Hausmeister? Boah! Aber so viele Möglichkeiten gibt es hier doch gar nicht. So, wir haben da einmal so'n Ding. Können wir hier was ranschieben? Können wir auch nicht. Hm. Hallo? Ach, und wie ich mich auf die Kommentare freue. Höh Gronkh, ich bin da in zwei Nanosekunden durchgekommen. Verdammte Scheiße. Hier geht's aber auch nirgends. Ach. Ach, hör auf. Du willst mich doch wohl verarschen. So, keine Ahnung, ob es das bringt, aber... So. Zack. 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 Das da und das da. Und der Rest kommt auch noch drauf. Na. So, bringt das jetzt irgendwas? Ne, ne? Haben wir ja alles... Nein, jetzt... Ja, du Assi. Hab ich doch gemacht, wenn du es wieder runter nimmst. So. Ah. 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 Okay, bringt sowieso nix, also weg damit. Scheiße. Ich dachte, jetzt kann ich mir Superkräfte antrainieren, dann können wir hier so gemeinsam fliegen. Hier ist Wasser. Hier ist ja nischt. Okay, der Arsch geht da lang und wir haben hier so'n Arsch. Okay, jetzt habe ich ne kleine Idee, ich weiß nur nicht, ob es funktioniert und ich weiß ehrlich gesagt die Steuerung nicht mehr. Warte mal. Nein! Ach, kacke, das wollte ich gar nicht. Ja, ja, jetzt geh mal vorbei. Das wollte ich auch nicht. Ich geh grad mal die Tasten durch, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Du bist in Ordnung, Blue. So, vielleicht diese Taste hier. Nein, das war auch nicht die Taste. Warte mal. Optionen. Steuerung. Mann, Mann, Mann. Tastatureinstellung. Ach, jetzt habe ich die ganze Zeit vier, drei gespielt und jetzt hier zwei. Schnell Kontaktmine, schnell Rohrbombe. Zwei und drei. Habe ich doch grad probiert, habe ich wahrscheinlich beides nicht. Zwei und drei. Ich probiere nochmal. Halt bevor ich zurückgehe... Äh, da, 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 da... Rohrbombe ist die drei. Äh, ich bin ein bisschen besoffen. Ja, halt die Schnauze Duke Wird eh nicht funktion... Ach! Ist ja auch das falsche Loch Falsches Loch